Der Arlberg, die Wiege des alpinen Skilaufs und Kulisse zahlreicher Filmklassiker. Man kann sich vorstellen, dass diese Kulisse sich prachtvoll eignet für diverse Filmaufnahmen. Mit Legenden wie Tony Seiler, Peter Alexander und auch Hollywoodgrößen wie René Selveger in Bridget Jones. Legendär auch der Weiße Rausch mit Hannes Schneider, der ein neues Filmgenre begründete. Ihnen und anderen Legenden ist der Run of Fame gewidmet, eine spektakuläre Skirunde durch das gesamte Skigebet Ski-Arlberg.